hallo und herzlich willkommen ich bin der chris von voranger ja wir sind heute wieder bei vespa düsseldorf was will ich euch heute zeigen wir wollen euch heute mal von vespa die primavera die sondermodelle die aktuellen die es derzeit gibt vorstellen und zeigen und ja einfach ein paar nette bilder machen so und hier haben wir auch schon die beiden und zwar die primavera bicolor einmal eine 50er und einmal als 125er dieses modell ist generell als 50er und 125 verfügbar und die jungs vom vespa düsseldorf die haben hier tatsächlich noch ein paar stehen so kommen wir hier zu der primavera der 50er bicolor weiß hellblau oder ist es ein türkis man weiß es nicht er steht hier auch nicht drauf welche farbezeichnung es genau ist gut auch eine ein zylinder vier takt motor 3,3 ps stufenlose automatik luftgekühlter motor höchstgeschwindigkeit bei der 50er tatsächlich nur 45 kmh wir haben eine 200 mm bremsscheibe vorne verbaut eine trommel hinten lehrgewicht 115 kilogramm wie bei allen neuen modellen haben wir vorne auch ein led scheinwerfer verbaut ein paar schön gestaltete 12 zoll felgen machen wir direkt den schwenk hier rüber zu 125er hau ja ja und hier im prinzip genau das gleiche wir haben auch einen luftgekühlten motor haben allerdings ein paar ps mehr genau zu sagen haben wir hier 11 ps so die 50er bekommt ihr bei vespa düsseldorf für 4099 euro die 125 liegt bei 5099 euro so wir schauen jetzt mal was es noch so interessantes gibt ich nehme euch gleich noch mal mit rein und vielleicht finden wir noch ein paar andere sondermodelle wie gesagt wenn ihr euch dafür interessiert schaut hier vorbei bei vespa düsseldorf jetzt kommen wir zur primavera als picknick version der alex geht jetzt mal mit seiner kamera ein bisschen umher macht ein paar schöne bilder viel spaß beim zusehen so 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 Sondermodell, dann schaut hier bei Vespa Düsseldorf vorbei. Die Jungs freuen sich auf euren Besuch und machen euch mit Sicherheit den ein oder anderen guten Kurs. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal.